Nach den rechten Ausschreitungen von Chemnitz hat sich jetzt auch Bundestagsvize Wolfgang Kubicki in die Debatte eingeschaltet. Der FDP-Politiker gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Mitschuld an der jüngsten Eskalation. Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im Wir schaffen das von Kanzlerin Angela Merkel, so Kubicki zu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Zudem sei es seit der Wiedervereinigung nicht ausreichend gelungen, die Menschen im Osten zu integrieren und ihnen anerkennende Wertschätzung entgegenzubringen, so Kubicki. Wie sollen sich Menschen fühlen, die glauben, alles was ihnen jahrelang vorenthalten oder gestrichen wurde, werde auf einmal Flüchtlingen gewährt. An eine rechte Massenbewegung will er indes nicht glauben, so habe die Mehrheitsgesellschaft in Sachsen mit den Nazis nichts am Hut. Der sächsischen Landesregierung wirft Kubicki indes vor, zu lange nichts gegen rechte Netzwerke unternommen zu haben.